Stellt euch das mal vor. Ihr lauft neben einem Lichtstrahl her. Ihr gebt alles. Versucht mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit mitzuhalten. Der Lichtstrahl rast mit unglaublicher Geschwindigkeit davon und legt im Handumdrehen riesige Distanzen zurück. Sterne, Planeten und Galaxien verschwimmen, während der Lichtstrahl durch das Weltall flitzt. Aber es gibt da einen Haken. Aus der Perspektive des Lichts ist es überhaupt nicht gereist. Für den Lichtstrahl ist die Reise augenblicklich. Tatsächlich könnte man behaupten, dass das Universum selbst zu einem einzigen Punkt geschrumpft ist. Das liegt daran, dass bei Lichtgeschwindigkeit Entfernungen auf nichts zusammenschrumpfen. Dieses unglaubliche Szenario führt uns in die bizarre Welt der speziellen Relativitätstheorie ein, in der Entfernungen nicht so einfach sind, wie sie scheinen. Einsteins Theorie besagt, dass Raum und Zeit in einem vierdimensionalen Gewebe miteinander verwoben sind. Die spezielle Relativitätstheorie, ein Eckpfeiler der modernen Physik, enthüllt, dass die Entfernung, genau wie die Zeit, relativ ist. Sie hängt von eurem Bezugssystem und eurer Geschwindigkeit ab. Es kommt auf eure Bewegung an. Je schneller ihr euch bewegt, desto ausgepfägter werden diese Phänomene. Objekte, die sich mit unglaublichen Geschwindigkeiten bewegen, erleben ein schrumpfendes Universum, ein Phänomen, das als Längenkontraktion bekannt ist. Das bedeutet, dass einem Beobachter, der mit nahezu Lichtgeschwindigkeit reist, Entfernungen viel kürzer erscheinen als jemandem, der sich in Ruhe befindet. Wenn ihr euch zum Beispiel in einem Raumschiff befinden würdet, das mit nahezu Lichtgeschwindigkeit reist, könnte euch eine Reise zu einem entfernten Stern, die aus der Perspektive der Erde Jahre dauern würde, nur wenige Augenblicke lang erscheinen. Dies hängt eng mit einem anderen faszinierenden Konzept zusammen, das Zeitdilatation genannt wird, bei dem die Zeit selbst für Objekte, die sich mit hohen Geschwindigkeiten bewegen, langsamer vergeht. Stellt euch zwei Zwillinge vor, von denen einer mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durchs All reist und der andere auf der Erde bleibt. Der reisende Zwilling würde langsamer altern, als der auf der Erde zurückgebliebene, da er die Zeit mit einer anderen Geschwindigkeit erlebt. Diese Phänomene unterstreichen die Verbundenheit von Raum und Zeit und revolutionieren unser Verständnis vom Universum. Einsteins Gleichungen liefern die mathematischen Grundlagen für diese Konzepte und zeigen, wie Raum und Zeit unter dem Einfluss von Geschwindigkeit und Schwerkraft verzerrt werden. Indem wir diese Ideen weiter erforschen, öffnen wir die Tür zu neuen Möglichkeiten für die Raumfahrt und das Verständnis des Universums. Das Universum mit all seinen Geheimnissen lädt uns ein, weiter zu hinterfragen und zu erforschen, die Grenzen unseres Wissens und dessen, was wir erreichen können, zu erweitern. Wenn ihr also das nächste Mal in den Nachthimmel blickt, denkt daran, dass das Universum nicht nur riesig und weitläufig ist, sondern auch voller Überraschungen steckt, die unsere Vorstellung von der Realität in Frage stellen. Bevor wir uns mit schrumpfenden Raumschiffen befassen, sollten wir eine Grundlage schaffen. Stellt euch ein einfaches Lineal vor, das auf einem Tisch liegt. Der Abstand zwischen seinen Enden, gemessen von jemandem, der sich in Ruhe zum Lineal befindet, ist seine Eigenlänge. Das ist unser Bezugspunkt, die unbestreitbare Wahrheit über die Größe des Lineals. Aber was passiert, wenn sich das Lineal zu bewegen beginnt? Bleibt seine Länge konstant oder ändert sich unsere Wahrnehmung davon? Hier wird es interessant. Einsteins spezielle Relativitätstheorie basiert auf einem fundamentalen Prinzip. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist für alle Beobachter konstant, unabhängig von ihrer Relativbewegung. Das mag absurd erscheinen. Wenn man einem Lichtstrahl hinterherjagt, sollte er einem dann nicht langsamer erscheinen? Überraschenderweise nein. Die Lichtgeschwindigkeit bleibt konstant, aber unsere Wahrnehmung von Zeit und Entfernung passt sich an, um dieser Konstante gerecht zu werden. Dies führt zu einigen seltsamen, aber faszinierenden Konsequenzen. Eine der unglaublichsten Konsequenzen der speziellen Relativitätstheorie ist die Längenkontraktion. Stellt euch ein Raumschiff vor, das mit einem beträchtlichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit reißt. Für einen ruhenden Beobachter würde das Raumschiff in Bewegungsrichtung kürzer erscheinen. Je schneller das Raumschiff fliegt, desto stärker ist die Kontraktion. Dies ist keine optische Täuschung. Es ist eine fundamentale Veränderung in der Art und Weise, wie Raum und Zeit bei hohen Geschwindigkeiten interagieren. Abschnitt 5. Ein Gedankenexperiment. Zu Proxima Centauri und zurück. Machen wir ein Gedankenexperiment. Stellt euch ein Raumschiff vor, das zu Proxima Centauri reist, dem uns nächsten Sternensystem, das etwa 4,24 Lichtjahre entfernt ist. Bei alltäglichen Geschwindigkeiten würde diese Reise tausende von Jahren dauern. Bei einem beträchtlichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit geschieht jedoch etwas Unglaubliches. Aus der Sicht der Raumschiffbesatzung verkürzt sich die Entfernung zu Proxima Centauri aufgrund der Längenkontraktion. Je schneller sie reisen, desto kürzer wird die Entfernung, wodurch sich ihre Reisezeit erheblich verkürzt. Abschnitt 6. Die Gleichung der Verkürzung, Berechnung der Längenkontraktion. Die Längenkontraktion ist nicht nur ein verrücktes Konzept. Es ist ein messbares Phänomen, das durch eine bestimmte Gleichung beschrieben wird. Die Gleichung berücksichtigt die Geschwindigkeit des Objekts relativ zum Beobachter und die Lichtgeschwindigkeit. Lasst euch von der Gleichung nicht abschrecken. Sie quantifiziert lediglich den Grad der Verkürzung. Wenn sich die Geschwindigkeit eines Objekts der Lichtgeschwindigkeit nähert, wird die berechnete Längenkontraktion immer deutlicher. Abschnitt 7. Zu klein, um es zu sehen. Längenkontraktion im Alltag. Ein faszinierendes Konzept, das sich aus Einsteins Relativitätstheorie ergibt. Wenn Längenkontraktion ein reales Phänomen ist, fragen Sie sich vielleicht, warum wir sie in unserem täglichen Leben nicht beobachten. Schließlich bewegen wir uns ständig und interagieren mit Objekten. Die Antwort liegt in der unglaublichen Geschwindigkeit des Lichts. Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 299.792 Kilometern pro Sekunde. Die Auswirkungen der Längenkontraktion machen sich erst bei Geschwindigkeiten bemerkbar, die sich der Lichtgeschwindigkeit nähern, was einer astronomischen Geschwindigkeit entspricht. Diese Geschwindigkeiten sind weit entfernt von denen, die wir in unserem Alltag erleben. Selbst die schnellsten Fahrzeuge, die wir gebaut haben, wie Raketen und Hochgeschwindigkeitszüge, bewegen sich im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit wie eine Schnecke. Eine Rakete kann beispielsweise mit 28.000 Kilometern pro Stunde fliegen, was beeindruckend ist, aber im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit immer noch verschwindend gering. Bei diesen Geschwindigkeiten ist der Grad der Längenkontraktion winzig klein. So klein, dass Präzisionsinstrumente erforderlich sind, um ihn zu erkennen. Viel zu klein, um von unseren Sinnen wahrgenommen zu werden. Unsere Augen und anderen Sinnesorgane sind nicht dafür gerüstet, so winzige Veränderungen wahrzunehmen. Um die Längenkontraktion wirklich zu beobachten, müssten wir mit Geschwindigkeiten reisen, die mit der des Lichts vergleichbar sind. Stellen Sie sich ein Raumschiff vor, das sich mit 90 Prozent der Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Die Längenkontraktion wäre signifikant und spürbar. Wissenschaftler verwenden Teilchenbeschleuniger, um solche Phänomene zu untersuchen. Teilchen werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, und die resultierende Längenkontraktion kann gemessen werden. Diese Experimente helfen uns, die fundamentalen Prinzipien der Physik und die Natur unseres Universums zu verstehen. Während die Längenkontraktion also ein reales und faszinierendes Phänomen ist, bleibt sie im Hintergrund unseres Alltags verborgen und offenbart sich nur unter extremen Bedingungen. Und das ist das Schöne an der Physik. Sie hilft uns, die verborgenen Wunder des Universums zu enthüllen, selbst solche, die zu klein sind, um sie zu sehen. Abschnitt 8 Kosmische Begegnungen, Längenkontraktion und das Universum Auch wenn die Längenkontraktion wie eine seltsame Eigenart der Physik erscheinen mag, hat sie tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis des Universums. Sie spielt eine entscheidende Rolle in unseren Modellen der Sternentwicklung, der schwarzen Löcher und des Gefüges der Raumzeit selbst. So ist beispielsweise die Längenkontraktion unerlässlich, um das Verhalten von Teilchen zu erklären, die sich in Teilchenbeschleunigern mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen. Ohne sie wäre unser Verständnis der Teilchenphysik unvollständig. Abschnitt 9 Ein Tanz der Dimensionen Längenkontraktion und Zeitdilatation Die Längenkontraktion existiert nicht isoliert. Sie ist untrennbar mit einer anderen unglaublichen Konsequenz der speziellen Relativitätstheorie verbunden, der Zeitdilatation. So wie sich die Entfernung für Objekte in Bewegung verkürzt, verlangsamt sich auch die Zeit. Diese beiden Phänomene sind zwei Seiten derselben Medaille und beweisen die untrennbare Verbindung von Raum und Zeit. Sie zeichnen das Bild eines Universums, in dem unsere alltäglichen, intuitiven Vorstellungen von Entfernung und Zeit bei hohen Geschwindigkeiten zusammenbrechen. Abschnitt 10 Ein Universum der Wunder Die Schönheit der speziellen Relativitätstheorie Die spezielle Relativitätstheorie, eine Theorie, die 1905 von Albert Einstein aufgestellt wurde, revolutionierte unser Verständnis von Raum und Zeit. Sie führte Konzepte ein, die geradezu magisch erscheinen, aber auf dem Stoff der Realität basieren. Die spezielle Relativitätstheorie, mit ihren unglaublichen Konzepten, wie der Längenkontraktion, bei der Objekte kleiner erscheinen, je schneller sie sich bewegen, und der Zeitdilatation, bei der die Zeit selbst für sich bewegende Objekte langsamer vergeht, enthüllt ein Universum, das seltsamer und wundersamer ist, als wir es uns je hätten vorstellen können. Diese Phänomene sind nicht nur theoretisch. Sie haben praktische Auswirkungen auf unser tägliches Leben, vom Betrieb von GPS-Satelliten bis hin zum Verständnis kosmischer Ereignisse. Stellt euch ein Universum vor, in dem Entfernungen schrumpfen und die Zeit gedehnt wird. Ein Ort, an dem die Lichtgeschwindigkeit die ultimative Geschwindigkeitsgrenze ist. Das ist die Realität, die die spezielle Relativitätstheorie enthüllt. Sie zeigt uns, dass unsere intuitiven Vorstellungen von Raum und Zeit nur Annäherungen sind und die wahre Natur des Universums viel komplexer und faszinierender ist. Sie fordert unsere Wahrnehmung der Realität heraus, lässt uns alles hinterfragen, was wir zu wissen glauben, und verschiebt die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Die Auswirkungen der speziellen Relativitätstheorie reichen über die Physik hinaus und beeinflussen die Philosophie, die Kunst und unser Verständnis von der Existenz selbst. Sie lädt uns ein, das Universum mit Staunen und Neugier zu erforschen, hinter die Oberfläche zu blicken und in die darunterliegenden Geheimnisse einzutauchen. Ob ihr nun Wissenschaftler, Studenten oder einfach nur ein neugieriger Geist seid, die Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie bieten ein Tor zu einem tieferen Verständnis des Kosmos. Wenn ihr das nächste Mal die Sterne betrachtet, denkt daran, dass das Universum nicht so statisch und unveränderlich ist, wie es scheint. Jeder Stern, jede Galaxie ist Teil eines dynamischen, sich ständig entwickelnden Wandteppichs aus Raum und Zeit, der von den eleganten Gesetzen der Physik beherrscht wird. Das Licht von fernen Sternen braucht Jahre, sogar Jahrhunderte, um uns zu erreichen, und in dieser Zeit hat sich das Universum selbst verändert. Es ist ein dynamisches, sich ständig weiterentwickelndes Gebilde aus Raum und Zeit, das von den eleganten Gesetzen der Physik beherrscht wird. Die spezielle Relativitätstheorie erinnert uns daran, dass wir Teil dieses großartigen kosmischen Tanzes sind und ihr Verständnis bringt uns der wahren Natur der Realität näher. Lasst euch also von eurer Neugier leiten und nehmt die Schönheit der speziellen Relativitätstheorie an, während ihr die Wunder des Universums erforscht. Abschnitt 11 Erkundet weiter Die Reise geht weiter Dies ist erst der Anfang unserer Reise in die faszinierende Welt der speziellen Relativitätstheorie. Es gibt noch so viel zu entdecken, von den Auswirkungen von EEMC2 bis hin zu den unglaublichen Konzepten der allgemeinen Relativitätstheorie. Hört nie auf, Fragen zu stellen!